Willkommen zurück zu Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir den zweiten Dungeon besiegen, schaffen können und wir sind jetzt nun in der Arunka-Steppe, erst dicht, des Möbendorfes und wir werden jetzt mal nachschauen, was es hier gibt. Hier gibt es noch eine Höhle, die schauen wir mal extra noch rein. Und da ist ein Herzteil. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da rüber? Oh Mann. Da habe ich jetzt echt verbockt. So, nochmal. Zack. Ich glaube, ich muss da irgendwie den Boden hier lockern, das ist das Wichtigste. Ähm. So, das müssen wir wegschieben. Dann haben wir 50 Rubine gefunden. Yay. Ein bisschen unsere Geldtasche haben sie gefüllt. Dann kommen wir nicht mehr weiter. Verdammt. Ich muss doch irgendwie einen Weg geben. Verdammt nochmal. Oh, Wacke. Jetzt müssen wir noch schnell wegschneiden. Killen die ganzen Gegner. Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich jetzt versuchen, den Boden hier zu lockern. Ah. Verdammt. 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 Hm. Moment. So, damit jetzt der Boden jetzt mal ein Loch hat. Hm. Wie soll ich das machen, ey? Ansonsten müsst ihr mich in die Kommentare schreiben, wie ich das gehen soll. Also nur die einzige Methode, die ich jetzt noch tun kann. Zack. Das war jetzt ein Fehler. Das Interessante ist, man kann es nicht zurückschieben. Nach hinten schieben oder sowas. Aber da bin ich jetzt eher so blöd, dass man nicht zurückschieben kann. Weil letztes Mal konnte man jedenfalls nach hinten schieben. Egal was. Ich glaube, es ist wahrscheinlich in diesem Zelda jetzt nicht möglich. Weil es natürlich die alte Mechanik hat. Hm. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich es nicht schaffe jetzt. Du Drecksvieh. Drüberspringen. Du, verpiss dich. So. Hm. Ich geh mir da runter. Hm. Hm. Ich hab keine Ahnung, Leute, wie es gehen soll. Ja. Wenn ihr wisst, wie ich den Herzteil bekomme, schreibt in die Kommentare. Ich hab gar keine Ahnung. Also. Ich hab gar keinen Plan. Fahre ich mit der Bombe vielleicht? Hm. Vielleicht werde ich mir dann es nach dem dritten Dungeon holen. Vielleicht brauche ich ein weiteres Item. Schreibt in die Kommentare, vielleicht wisst ihr, wie ihr zum Herzteil gekommen seid. In dieser Höhle. Mehr weiß ich nichts darüber. Hier ist wieder die Kokolins-Steppe, wo wir schon mal waren. Huch. Lauter Zombies. Ah. Zombies. Friedhof und Urunga-Steppe. Hm. Hier sind lauter... ...Ghoolies. Nehmen wir diese Geister Ghoulies, glaube ich. Ich weiß nicht. Oh, die Zombies. Das ist das erste Mal, als wir Zombies jetzt sehen hier in diesem... ...Spiel oder... ...Nein, Blödsinn. Die Zombies hat es schon gegeben seit, ähm... ...Ocarina of Time. Die heißen in Englisch in Redeads, glaube ich. Diese, ähm... ...Zombies. Die mit den Holzmasken, natürlich. Oh mein Gott, die kann ich mich noch voll erinnern. Vielleicht soll ich da mal wirklich dann, äh... ...Ocarina of Time, dann let's play. Von N64, seitdem ich jetzt einen N64-Controller habe für meinen Emulator. Und ja, für den Gamecube-Let's Plays werde ich auch dann bald starten. Ich glaube, ich muss nur noch warten, bis dann, äh, mein... ...Ich glaube, ich habe meinen Controller schon jetzt bald, ähm, da. Was ist das denn? Einen Teleporter haben wir aktiviert. Geil. Oh mein Gott, diese... Oh mein Gott, diese... ...diese Fiecher sind auch die nervigsten Gegner überhaupt im Spiel. Pitch Slap. Zack. Ich will jetzt überhaupt nicht diesen Windstock abbrechen, aber da ist noch was... Ah ja, da ist noch eine Höhle. Können wir mal die Bomben jetzt mal einsetzen, hier. Damit der Weg freigeschaltet wird. Ein geheimer Weg wurde geöffnet. Boah, ey. Warte jetzt mal... Da bleiben jetzt, du scheiß Octorok. Oh mein Gott, diese Para... ...diese Para-Octoroks, die gehen mir ziemlich auf den Piss. Oh man. Da ist noch ein... ...noch ein Herzteil. Ich glaube, das ist jetzt der zweite Herzteil oder das erste Herzteil. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber egal. So, Schloss Canelet. Zehn Meter. Zehn Minuten zu Fuß. Richards Villa. Ich meine, also Richards Villa, wer ist das? Es sei gegrüßt. Vermutlich sieht es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurde die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste in meine Villa fliehen. Doch es ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen, das mich bei der Flucht verloren habe. Na klar machen wir das. Großartig, genauer gesagt. Handelt es sich um fünf goldene Blätter, die ich verloren habe. Vergessen Sie es eher nicht, um eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Das ist eine ritterliche Sprache, hat er. Ah ja, wir haben jetzt ein Herzteil. Ja genau, ich sehe jetzt schon. Ich habe jetzt gerade ein Herzteil. Also. Und es fehlen uns nur noch drei. Schauen wir mal. In hohem Gras können wir leider nicht schaufeln, das ist das Problem. Also wir müssen jetzt die goldenen Blätter finden. Und ich wette mit euch, dass jetzt sicherlich das Schloss... Dass wir die fünf Blätter irgendwo im Schloss finden müssen. Oh mein Gott. Ey komm. Drei Gegner auf einem Streich, das macht mich halt fast nervt. Ey, kannst du jetzt auf mich zusprengen? Sorry. Ich muss mich echt jetzt aufregen, ne? Wisst ihr was? Frisst meine Bomben. Sprisst du noch miet, ihr Trotteln? Du auch, komm her. So. Lass dir eine Leere sein. Leg dich nicht mit Link, dann hältst du der Zeit um. Du, du, ja, hier ist Oll-Raria. Frag mich alles, was hier in der Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Hast du nicht mal alle fünf goldenen Blätter? Dann legst du doch mal eine Bombe verdächtig auf sehenden Stellen. Ich hoffe, das hilft, du, 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 du. Verdächtigen Stellen. Oh, schon wieder haben sie viel Sponsive-Fiecher. Ich hasse die. Ich kann heulen. Könnt ihr auch heulen? Und da ist Boris schon wieder. Altes Haus. Und dort was? Nee. Da ist eine versteckte Stelle. So. Ah, da ist nur eine Feenstelle. Okay. Okay. Hab's kapiert. Ist logisch. Gut, da haben wir jetzt eine Feenstelle hier gefunden. Wie es aussieht, da ist ein Schloss hier vorne. Aber ich glaube, wir werden dann den Schloss dann erst im nächsten Part dann betreten. Und dann die fünf goldenen Blätter dann so finden. Aber lass uns jetzt den Weg da quer durchbahnen. Aber wir schauen jetzt mal kurz um, wie es in der Runger-Steppe hier zu sehen gibt. Hier ist noch ein See. Wir können leider nicht schwimmen. Das ist ja logisch. Und da ist der dritte Dungeon. Der wird aber der Schleim-Dungeon genannt. Und da scheint wahrscheinlich auch ein paar verdächtige Stellen zu sein, zum Schaufeln. So, tschüss. Oh mein Gott, ich hasse das. Ich krieg das jedes Mal. Und das ist einfach der nervigste Sache überhaupt. Da hat man ja überhaupt... Macht dieser wird man schon überpowert. Du hast deine Zaubermuschel erhalten, wozu es wohl gut ist. So, da ist nichts. Da ist noch ein Herz, okay. Am Dachgeschoss des Schleim-Tempels. Ah, da geht's nicht. Ah ja, genau, da brauchen wir natürlich einen Schlüssel. Ich glaub, ich weiß, den Schlüssel... ...hab ich nie erhalten können in diesem Spiel. Also bis da ab dorthin war es schon Schluss mit mir auf dem Gameboy. Ohne Scheiß. Oh Mann. Wo ist denn jetzt das Schloss nochmal? Na ja, nach rechts. Eigentlich geht's nach links. Mal schauen, was es hier noch gibt. Natürlich können wir nicht... ...aufheben, die Truhen. Die... ...die Vasen. Natürlich, weil es erstes Mauer dient. Weil es aussieht wie Vasen. Die kann man aufheben, aber es stimmt aber nicht. Na gut, dann lass uns jetzt schnell zum Schloss gehen. Sorry, dass es jetzt ein bisschen lange gedauert hat, aber wir gehen jetzt endlich zum Schloss. Was mich eher ähnelt an den Schloss von Hyrule. Schloss Canalet. Hier scheint wohl wieder Wächter zu sein. 50 Schritte. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt wieder zu dem hier. Oh ja, den Bananen hätten wir dort hingeben müssen. Bananen, Bananen. Oh, Gigi. Will sie haben. Gibt's du sie, Gigi? Bananen, Bananen. Oh, Gigi freut sich. Ah, Fan, kommt schnell. Bedankt euch. Was geht denn jetzt ab? Oh, ihr habt eine Brücke für mich gebaut. Yay. Geschafft erledigt. Weg vom Affenzahn. Kiki, Kiki, Kiki. Du hast einen Stock gefunden, den er der Affen zurückgelassen hat. Jetzt gehört er dir. Wozu ist das denn bitteschön nötig? Wozu? Oh Mann. Wozu ist das denn das hier bitteschön bitte nötig? Ich glaube, da kann ich jetzt dann bald schwimmen gehen. Dann erst. Wahrscheinlich erst, wenn ich den dritten oder vierten Dungeon durch habe. Aber lass uns jetzt schnell mal in das Schloss betreten. Vielleicht müssen wir, wenn wir jetzt uns erwischen lassen, ich glaube, da werden wir jetzt sicherlich draus gekickt, wer weiß. Gehen wir wieder mal in, ähm, jetzt ist es nochmal, in, ähm, Ocarina of Time Style Schleichmodus. Oh, das ist noch ein Wärter. Hm. Huch. Oh. Er greift mich nur an. Okay. Rausschmeißen tut er mich nicht. Das erinnert mich ein bisschen an die Phantomritter in, äh, Phantom Hourglass. Oh ja, Phantom Hourglass. Einer der besten, äh, Spiele auf dem DS. Will ich aber leider nicht explain, da ich, da ist leider, wenn du nur, manche Sachen nur mit Mikrofon, ähm, funzt. Na gut. Wir beenden jetzt dann diesen Part, Leute. Ich glaube, wir werden dann den Schloss von Akanalett dann später besichtigen und wir holen dann uns die fünf goldenen Blätter. Also, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also, gebt einen Daumen hoch, falls euch der Part gefallen hat und ein Abo dalassen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid und keine meiner Let's Plays verpassen werden würdet. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein und habt noch einen schönen Tag oder Abend noch. Ayeret Poketendo. Ciao!